Chekabumbiatsch Hallo und herzlich willkommen mit einem etwas anderen Let's Play heute und zwar mit Pulse oder wie man es halt in der Englischen nennt Wir werden gleich schon sehen es ist ein englisches Spiel ist aber nicht so schlimm da eigentlich nicht so viel sag ich mal gelesen wird ich bin mal zufälligerweise darauf gestoßen und es scheint sehr interessant zu sein ja wir sehen es ist für Headphones designt das ist ganz gut denn ich benutze meistens Headphones so move da habe ich wohl wahrscheinlich die falschen äh wer heißt es denn Einstellung eingestellt aber ich glaube das ist nicht so schlimm Springtour mal mit Leertaste also gibt sich von selbst wir sehen da diese einzelnen Parts bei denen wir gelaufen sind dadurch erhellen wir unsere Umgebung und äh was ich da erstmal so überflogen habe es ist nichts weiter dass wir ein namenloses Mädchen spielen sofern ich mich recht im Sinne und dieses Mädchen ist blind und diese Geräusche die die sie halt macht kann sie halt sehen aber wir können schon mal die Grafik eigentlich schon ziemlich ansprechend äh ich hoffe ich scheinere jetzt nicht so toll im Video so Kader arm alles das sind schon mal die Quatsch also ok ich finde bei den Quatsch merkt man sich eh nie was aber die Idee ist mal einfach so ein Spiel mit einzubauen nicht so mal ist Easter Egg versteckt oder so Soundtrack also Soundtrack also scheint ok zu sein ok was das ist keine Ahnung es ist dunkel wie die Nacht so ah ok gut ich würde mal sagen es ist ein leichter Adventure es ist ein leichter oh Digga war das laut na gut gehen wir mal weiter das ist aber eine echt nice Idee ich meine das habe ich bis jetzt noch nicht so gesehen dass man äh die in game sag ich mal Elemente zum äh wie nennt man das exploring wow benutzt habt ihr es gesehen es wird irgendwie manchmal ein bisschen durchsichtig oh ok ergibt sich eigentlich alles von selbst ist jetzt wird es wieder dunkel ja also der erste Eindruck dass man gar nicht so übel aber ich glaube für den ein oder anderen oh wir haben Licht angemacht ok ich glaube für den ein oder anderen wird es ein bisschen schwierig also rennen können wir mit der Shift Taste das ist äh diese Taste über der Steuerung Taste na Gott so oft hast du gesagt oh da wir sollten kein Licht aber wir müssen rennen so gut haben wir geschafft ist denn ein Helikopter unterwegs oder was das ist da ist ein bisschen Licht ja auch diese oh Leute ah ok gut ich bin anscheinend weitergekommen Hä diese Zwischenladezeiten sind schon ein bisschen äh dürftig aber ich würde mal sagen ist äh verzeihbar so so ok keine Ahnung was das für Viecher sind aber wir haben erstmal hier ein bisschen Licht so die Welt ist auch sehr confused muss ich sagen die Welt huah ok huah schnell weg hier ja da hört man es wir sind ein Mädel aber warte mal nee ah ok und hier kamen wir ich glaub wir müssen weitergerede aus aber wow 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 oh nett dass diese Tierchen als Radar interagieren oh hat er mich gesehen wow alter ich muss sagen es ist viel besser als Slender vor allem wegen der Aufmache wow 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 ok scheint ein Monster zu sein oh nein 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 ok gut du gehst unten weiter oh ja also die Entwickler haben einen echt interessanten Weg eingeschlagen so mit äh kein Plan wie sie auf diese Idee gekommen sind ja komm ich hoffe es ist diese Tierchen die schnarchen oh du das ist ein mein fester sack Okay, die müssen wahrscheinlich rollen. Und somit haben wir eigentlich das erste Rätsel sozusagen gelöst. Sau noch wütend, Alter. Wo? Nja! Obuchibuchiku! Okay, diese Viecher sind schon süß. Oh fuck. Irgendwas. Scheint aktiviert worden zu sein. Okay. Also was sehen wir hier Schönes? Irgendwas mit Gras und dann... Irgendwas mit einem Vieh anstellen, okay? Okay. Diese faule Sau. Okay. Okay, das Vieh hat uns noch nicht gesehen. Ist aber auch eine echt... ...konfuse Welt hier. Okay. Haben sie Session gemacht mit diesen... ...hier ist ein kleines Tierchen. Aber wo muss ich hier hin? Also, Leute... Es ist viel, viel geiler und besser als Slenderman. So, wir haben es geschafft. Ich glaube, das gibt es für 6 Lämmel oder so. Aber ich werde es warten bestimmt so ein paar, sag ich mal, nicht Hobel-Programmierer, sondern ja, welche Studenten, die Spiele gesandt studiert haben. So, da haben wir auch ein neues Geheimnis. Okay. Irgendwas schmeißen. Okay, einen Aim-Button gibt es hier nicht wirklich. Oh, ich kann hier... Ja, die laufen mit mir rum. Das habe ich gar nicht mehr bekommen. Oh, aber irgendwie nur mit diesen etwas süßen Pelzdingern. Auch leid. Okay. So hoch kann der Charakter auch nicht strecken. Okay. Oh. A Piece of Tugnickel. Mhm. Ach nee, bitte. Häng jetzt nicht. So, okay. Das Spiel hat eine klitzekleine Macke gehabt. Okay. Also anscheinend sollen wir diese schönen Dinge einsammeln. Okay, bringen wir mal ein bisschen Licht in die Sache. Okay. Da geht's. September. Wuh-oh-oh-oh-oh. Wuh-oh-oah! Wuh-oh-oh-oh-oh... Ah...